Guten Abend miteinander. Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie ohne lange in der Küche zu stehen, ein festliches Austenmenü auf den Tisch bringen. Probieren Sie doch die feinen Quick-Fleisch-Spezialitäten. Sie sind fix fertig vorgekocht im eigenen Saft. Das Anrichten von diesen Quick-Spezialitäten ist denkbar einfach. Nach eine Viertelstunde im heissen Wasser nehmen wir das Quick-Schäufe aus der Packung und schneiden sie in schöne, saftige Trangen. Das geht leicht, denn Quick-Schäufe sind ohne Bein. Man kann diese Quick-Schäufe auch kalt essen oder im Teig frisch aus dem Ofen. Und denken Sie daran, die Quick-Fleisch-Spezialitäten sind zu diesen günstigen Preisen eine exklusive Koop-Leistung. Ich habe hier ein ganz tolles Angebot für alle, die problemlos fotografieren wollen. Diese handliche Agfamatik 50 Kassettenkamera. Sie ist ganz einfach zum Bedienen. So wird die Kassette eingelegt. Zum Blitzen den Würfel drauf. Und beim Filmtransport mit diesem Schnellschalthebel dreht sich der Blitzwürfel automatisch mit. Dank dem weichen Auslöser werden alle Bilder gestochen scharf. Diese Agfamatik 50 gibt es jetzt in allen Koop-Centern und Koop-Warenhäusern in dieser Geschenkpackung. Zusammen mit einem Film und dieser praktischen Trangschlaufe. Der Koop-Preis ist konkurrenzlos. Weitaus günstiger als niemand anders. Auf Wiedersehen bis... Ah ja, wie kann man auch an den Ostern die Hasen vergessen? Natürlich hat die Koop auch diese Ostern wieder Schocke-Eier, Schocke-Hase und gefärbte Eier für sie parat. Oh, danke schön. Danke vielmals. Wir wünschen Ihnen schöne Ostern und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal um die gleiche Zeit. Und schauen Sie noch den Aktionsspot, es lohnt sich. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Koop 870 Gramm Pastetli-Füllung mit Champignons für nur 3.90 Franken. Zwei Dosen an 280 Gramm Mondial Spargel-Spitzen für nur 3.40 Franken. Ein Viertelliter operisierter Vollrahm kostet nur 2.20 Franken und ein halber sogar nur 4.30 Franken. Für ganze 95 Gramm gibt es bei Koop 100 Gramm Aufschnitt als sortiert. Für ein festliches Dessert gibt es bei Koop die Rahmglasse Waschrönturte Vanille Mokka an 500 Gramm für nur 4.90 Franken. Die Rahmglasse Schwarzwälderturte Goldstar an 450 Gramm für nur 6.50 Franken. Oder die vier Eisturtenstücke Sorbet Aprico Goldstar an 400 Gramm für nur 4.90 Franken. Neu bei Koop sind die Frommalp Dilsitterschmelz-Kesscheiben. 200 Gramm kostet nur 1.85 Franken. Und die Agfamatik 50 in dieser Geschenkpackung gibt es bei Koop zum konkurrenzlosen Preis von Sage und Schreiben 29.90 Franken. Alle die Angebote gibt es ab morgen in allen Koop-Laden. Auf Wiedersehen.